Als dritten Order-Typ wollen wir uns das Stop-Limit angucken. Es ist ganz wichtig, es ist ein Stop-Limit, das heißt kein Stop-Market. Für viele, also der Standard-Stop ist dann halt Stop-Market, wo sofort einfach, wenn der Stop ausgelöst wird, das heißt der Preis fällt auf irgendeinen bestimmten Wert, dann wird der Stop ausgelöst, dann wird sofort einfach alles zu passenden Preis verkauft. Bei der Stop-Limit-Order ist das allerdings nicht so und wie ganz genau das funktioniert, zeige ich euch natürlich jetzt. Ich habe uns nochmal ein paar Cardano besorgt hier und jetzt wollen wir natürlich einen Stop angeben. Wir sind aktuell auf 0,00937, werden jetzt mal einen tieferen Wert natürlich angeben, weil wir unser Stop ja nutzen wollen. Ganz wichtig, wir müssen mit Punkt arbeiten, hier 0,00910 nehmen wir jetzt mal und jetzt ist das Limit ganz, ganz wichtig. Wenn ihr verkaufen wollt, das heißt der Preis sinkt und wenn er auf einem bestimmten Wert sinkt, wollt ihr euer Stop ziehen lassen, um halt keinen weiteren Verluste einzufahren, dann ist es ganz, 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 ganz wichtig, dass die Limit-Order unter dem Stop-Wert liegt. Hier würden wir zum Beispiel 0,008 zum Beispiel, wenn ich jetzt mal, das ist ein starken Unterschied, nehme. Dann sehen wir hier, wir sind jetzt mit der Limit-Order ganz stark drunter. Das ist aber ganz, ganz wichtig, weil ich gebe euch jetzt mal das Beispiel. Wenn wir jetzt hier 0,01 stehen haben, dann ist das ja teurer als unser Stop-Preis. Sehen wir hier, was bedeutet, wenn wir den Stop-Preis erreichen, das ist 0,00910, dann wird der Stop aktiv und es wird eine Limit-Verkaufsorder eingestellt für den Preis 0,01. Das ist aber natürlich das Problem, der Preis ist, der Verkaufspreis ist höher als der aktuelle Preis. Niemand wird zu diesem Preis uns das Ganze abkaufen. Deswegen ist es halt wichtig, dass diese Limit-Order niedriger ist, weil wenn so der Stop jetzt aktiviert wird, werden unsere Ader nicht verkauft, weil niemand uns zu diesem Preis das Ganze abnehmen will. Ganz klar, weil klar, der Preis ist 0,00910. Jeder wäre schön blöd, wenn er uns dann für den deutlich teureren Wert das Ganze abkauft. Deswegen ist es wichtig, dass ihr wirklich unter dem Stop hier seid. Ihr könnt ruhig einen guten Weg übrig lassen, weil auch wenn ihr jetzt, sage ich mal, 0,009 eingebt, dann seid ihr zwar tiefer, aber es kann passieren, dass der Preis so schnell nach unten geht, dass er dann diesen Bereich schnell überspringt und dann haben wir unsere Verkaufsposition immer noch nicht ausgelöst, weil der Preis einfach das Ganze übersprungen hat und schon deutlich tiefer ist. Und wir wollten ja aber eigentlich dann an der Stelle verkaufen. Deswegen, seid bitte so lieb, macht es dann deutlich tiefer. Wir würden jetzt in dem Beispiel zum Beispiel 0,0085 nehmen, würden dann den Betrag, wir wollen natürlich alle unsere dann sichern, die würden wir verkaufen und dann seht ihr hier, dann ist das unten die BNB und dann brauchen wir noch auf Verkaufen klicken und hier sehen wir es nochmal sogar in Erklärung. Wenn der letzte Preis unter 0,00910 geht, dann wollen wir die Limit Order setzen mit 0,0854, 0,0085 für unsere ADA. Jetzt machen wir Place Order und jetzt haben wir das Problem, dass wir schon unter einem BNB sind, weil wir die Order so tief gesetzt haben mit dem Limit. So soll es natürlich nicht sein, deswegen machen wir die Limit Order ein Stück höher. Jetzt sehen wir das Ganze hier, 0,00910 haben wir Stop Order, Limit Order ist das und dann jetzt können wir das Ganze auch verkaufen. Sehen hier nochmal die Order und dann seht ihr, hier ist unser Stop Limit drin, wird aktiv, wenn wir unter 0,0091 gehen. Hier ist die Trigger Condition, da seht ihr das, kleiner gleich und dann wird es zu dem Preis eingestellt. Wird natürlich trotzdem zum bestmöglichen Preis verkauft für uns, das ist ganz wichtig. Das heißt, selbst wenn die Limit Order hier wieder drunter ist, das habe ich euch da ja schon erklärt, wird es mit dem bestmöglichen Preis für uns gematcht. Also sehr wahrscheinlich wird es trotzdem für 0,00910 oder 0,00909 verkauft. Daher ist es kein Problem, wenn wir den Preis da ein gutes Stück drunter haben. So einfach geht das dann mit der Stop Order. So könnt ihr die einrichten, um euer Guthaben zu schützen. Und wir sagen jetzt mal, der Preis geht weiter hoch und ihr wollt euer Stop nachziehen, dann müsst ihr hier jeweils das Ganze verändern. Das heißt, ihr würdet dann statt 0,0091 würdet ihr dann den Stop neu setzen auf 0,0095 zum Beispiel. Wenn der Preis deutlich höher gestiegen ist und ihr sagt, hey, dann habe ich auf jeden Fall schon meinen Einstiegswert wieder drin, mache Plus, Minus, Null oder mache sogar ein bisschen Gewinn, dann könnt ihr halt so den Stop so nachziehen, sodass ihr dann dementsprechend abgesichert seid und nicht mehr ins Minus kommen könnt. Ja, soviel zur Stop Limit Order. Ganz, ganz wichtiger Order, ihr solltet immer eure passenden Stops auch drin haben auf der Plattform. Und dann, bis zum nächsten Mal.